Ich habe Angst, dass da einer in der Mitte steht. Du hast beide gesehen. Was war das denn? Wie breit der denn ab? Was machst du da? Du hast dich ja genau, als ob du den reinmachen wolltest. Ey, das ist ein scheiß Witz. Das Game läuft überhaupt nicht. Dein Eigentor. Was ist denn das? Der wäre nicht reingegangen ohne Zeit. Das sind nicht meine Fehler hier. Das Game läuft ja gar nicht. Ach komm, Alter. Was soll denn die Scheiße hier? Junge, als ob der den wieder reinblockt. Oh. Was? Was? Junge, warum schaffe ich das mit meinem Tor, aber nicht mit meinem Weg? Wie muss man den nehmen? Mein Kerl. WTF, Alter. Und dann, sobald die aufgelegt haben, die immer, oder dann sich die Soundboards von den Antworten noch auf die Taste gemacht haben und dann immer so, äh, äh, wird das nochmal, oder hier, das war die Folge mit den, oh. Oh. Das war die Folge mit den hier, Alter. Ja. Was macht das denn? Junge, ey, willst du mich verarschen? Oh, Mann. Ich mach das aber auch für den Pass. Junge, wo... Nein, dein Problem. Ja. Mitte. Nach Mitte. Ja. Oh, Junge. Alter. Oh, Junge, Alter. Oh, Junge, ey, 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 ey noch mal an alter ich bin leider kollidiert ich hab doch kein muss man nicht schlecht die einzigen zwei toren die haben das kann doch schon wieder nicht sein das ist halt schwer drei tore und drei fails von alle das kann nicht sein willst du mich verarscht das kann nicht sein alle drei absolute dummheit jetzt ich hab nicht mal geguckt ich hatte gerade nicht mal bei kamer und als du gesagt hast und ein dacht ich schon so ja geht er ein tolles kommen die so aus wie meint zwei jungen das muss ja schon eine platze gewesen sein mann was macht er hier auch kacke ich hab voll die plattfüße das war die schlur und ne oh Junge ich hab voll die plattfüße oh da war Mr. Plattfüß wieder am start alter oh ich wollte eigentlich nach rechts noch weil es voll gedämpft ist der boister ist doch einfach gelade er ist so kacke der boister schönes eigentor ganz stark ist er alter das war echt voll schön die war fast Junge mein wer hätte auch mal links daneben gehen können es gibt eigentlich auch russen die das spielen auf jeden fall nicht auf unsern selber ich bin auf europäisch mitteleuropä oder wir sind doch fest oh Junge Mann ey so ein Hurensohn ey man das ist doch auch wieder nur ein Witz alter wie kann der denn denn da gegen den Pfosten hauen hey man kann ich so Pech haben let's a go oh